Most Expensive Failed Best of Luxury Car Crash Compilation Okay Eieieieiei Das tut weh Einfach Manche Autos sind so teuer wie ein Haus Alter Und die sind einfach geschrottet Okay Das war doch kein Crash Ja wow Scheiß mal auf die Felge Alter Ich dachte das Auto geht jetzt am Arsch Was macht der da mit seinem Lamborghini Alter Ne Nierdeff geht nicht mehr wahrscheinlich Leute Da müsst ihr mal gucken Vielleicht kann Nikita euch da was raussuchen Ja bei dem Wetter Ciao Der wird jetzt rutschen ohne Ende Und tschüss Ah ah Eieiei Ja man Alle am flexen Dann kassieren die Karma Alter Eieieiei Eieiei 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 Boah Einfach in eine Bushaltestelle reingefahren Oder was war das Boah geiles Auto Ehrlich Oh mein Gott Boah Boah wisst ihr was ich da gemacht hätte Ne Wenn das mein Auto wäre Und dann kommt da irgendein Pisser mit einem Fahrrad Und springt da drauf Ich schwöre ich wäre sofort ausgestiegen Ehrlich Guck mal jetzt Ticket Boah Was ist denn da passiert Glück gehabt Eieiei Eieiei Na wieder am flexen auf Autobahn Und jetzt Eieiei Ach du Scheiße Alter Boah wie geil Ferrari ist auch schon ein kranker Wagen Bremst doch du Idiot Warum bremst der nicht Ja Chabo sehe ich genauso Alter Was ein Chabo ey Wir sind wieder am flexen Bitte gib der jetzt Rückwärts Oder fährt rückwärts Und die fallen um Ich will mich totlachen Aber ehrlich Digga Was sind das für Opfer Alter Mitten auf der Straße Sich hinzustellen Und da Fotos Mit ihrem scheiß Geliesten Oder geliehenen Wagen zu machen Alter Was ist das denn Ehrlich Digga Was denken die denn Wer die sind Alter Boah Boah Ehrenmann Wirklich Ehrenmann Wirklich Ich schwöre Das ist Karma Das ist Karma Ehrlich Ohne Scheiß Kommt da Kommt da einfach mit Baseballschläger Und haut da drauf Alter Ach geil Ja Digga Mach mal wieder ein bisschen In den Bunker auf Leute Heilige Scheiße Ey Nikita Ich weiß nicht Ob das ins Video rein darf Auf YouTube Alter Gott Alter Das wäre ja echt gestört Man Hätte ja die ganzen Leute Fast überfahren Ey Ne Ich spule nicht nochmal zurück Leute Digga Was machen die Stupid Stupid Fucking Retard Man Halfway Around The turn Man Man Muss echt aufpassen Wenn mein Auto Fährt Digga Das ist echt Manche Leute Die sind da echt Gestört Ey Der fährt auch Erstmal in den Gebüsch rein Ey Brems doch Mann Du Scheiße Ich mein Wenn Nikita Daraus ein Video macht Für einen Highlight Kanal oder so Diese Stelle Da bitte nicht reinschneiden Wo die Menschen Da angefahren wurden Alter Ich wusste nicht Dass sowas hier gezeigt Wird in diesem Video Junge Junge Das müsste doch eigentlich Ab 18 sein Dann dieses Video Check ich nicht Warum ist das nicht Ab 18 Junge 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 Was geht denn Bei dem ab Goldener Lamborghini Ach geil Von der Seite gerannt Der hat echt Zu viel GTA gespielt Gute Einer Ach geil Besser 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 Dass der da reinfährt Als der vor Ende Menschen Also das ist Echt Da wirklich Muss man aufpassen Aber so bei Rennen Das war nicht Alter Oder wie lange Dreht der sich denn Ja Deshalb immer schön Abstand halten Ey Haben die keine Augen Im Kopf Wie fahren die Bitte Guckt euch das an Wie die fahren Haben die krassesten Sportautos Aber fahren da echt Wie die größten Idioten Kann ich sagen Selbst schuld Da habe ich doch Wirklich kein Mitleid Ohne Scheiß Da habe ich kein Mitleid Wer so wie ein Idiot fährt Und sich nicht den Straßenregeln anpasst Digga Selbst schuld Wenn sowas passiert Dann fahr doch einfach so Wie es vorgesehen ist Und mach nicht so eine Scheiße Dann passiert sowas auch nicht Ich war auch selber schuld An meinem Unfall Bei Quad War ja nicht der andere Schuld War meine Schuld Weil ich wie so dumm Wie ein Idiot Mit 40 kmh In die Kurve reinfahre Und da ein Auto entgegenkommt Eigentlich Schuld Alter Ich sage es euch Autofahren ist kein Spaß Wenn ihr einmal einen Fehler macht Dieser Fehler Der kann euch das Leben kosten So Ich habe auch Glück gehabt Jaja Ich meine nicht den Typen Der angefahren wurde Dieser Ferrari Fahrer Der kommt einfach von rechts Da angefahren Will den überholen Ich weiß Der hat nichts gemacht Aber dieser Ferrari Der da um die Ecke gefahren ist Der So was macht der da Der andere tut mir leid Aber dieser Ferrari Der da um die Ecke kam Digga Das ist Ich meine er ist selbst schuld Für seinen Unfall Den er da hatte Aber der andere tut mir leid Vor allem wenn man auch Mitfahrer Beifahrer Freunde Familie Da sollte man gerade Erst recht vorsichtig fahren Weil man auch noch Das Leben anderer Menschen Gefährden kann Durch seinen Fahrstil Bruder Fast and Furious Vin Diesel Alter Da sieht er aus Ich schwöre Ach du Scheiße Digga Eieieieiei Boah das sieht aber echt aus Wie der Wagen von Fast and Furious Von Dominic Toretto Dominic Toretto Ne, heute zockt man nicht Wir werden jetzt noch ein bisschen reagieren Danach werde ich auch offline gehen Einfach Raumschiff, ehrlich Wie lange wollen wir jetzt noch zeigen? Wir werden nur entspannt Halbe Stunde streamen, denke ich so Auf ganz trockene Basis Digga, was ist das für ein Motor, Mann? Was zur Hölle? Junge, Junge, Junge Wie laut, Mann Was macht der da? Hallo? Ich schwöre, mein Ohr tut weh, Alter Bruder Mach das mal aus Hallo? Junge, Junge, Alter Brrrr, wie sich das angehört hat Der hört sich einfach wie ein Ufo, Digga Den kennen wir auch mit dem Lambo, der Flexer Der da einfach durchgezogen ist Eieieieieiei Ist echt nicht zu Spaß, ne, mit diesem Ganzen, ey Das ist Das war ein echt schöner Lamborghini, der hier Ich kenne den Clip Schneid das bloß nicht ins Video rein Wenn du daraus was machst Ich wusste auch nicht, dass Da ist aber wirklich auch YouTube selbst schuld, wenn die da Videos zeigen Die eigentlich nicht erlaubt sind, so nach dem Motto So Clips Ja, fett Wow, was ist das denn, Digga? Was ist das denn hier? Wann wird mir sowas angezeigt? Ja, Fett Ja Bei Ja